Launcht Trump seine eigene Kryptoplattform? Trump spricht erstmals seine Unterstützung für eine Kryptoplattform aus. Das berichtet CNBC. Zu lange wurde der Durchschnittsamerikaner von den Großbanken und Finanzeliten ausgepresst, so Trump auf Truth Social. Darunter postete er den Telegram-Link zur offiziellen Gruppe der Plattform, betitelt als Trump-DeFi-Projekt. Das Projekt mit dem Namen The Defiant Ones ist ein Projekt seiner beiden Söhne Eric und Donald Junior. Ob Ihr Vater selbst direkt involviert ist, bleibt unklar. Die Plattform wurde seit Wochen angeteasert. Es gehe um digitale Immobilien. Ein Startdatum für The Defiant Ones gibt es noch nicht. Trump will die USA zur Bitcoin-Supermacht machen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau Dir das nächste Video an.